So, da spielen wir einen Fallout oder irgendwas zum entspannen. Boah, wenn man schnell noch was zu Ende schreiben muss, wenn man hier SDGs produziert, muss man irgendwann Gas geben. Ich muss das nochmal betonen hier, weil viele es beim Tournament nicht wussten, das hier ist Cross-Position. Also brauche ich hier überhaupt die anderen Locations gar nicht zu scouten. Mittlerweile skippe ich das SDG gar nicht mehr, weil alle Protos, die ihren Stalker rausbrunnen, boosten, dann eh den In-Time haben. Und dann ist der Reaper eh nur noch zum, ja, ist dann eh nur noch dafür da ein bisschen zu scouten. Oh, Cross-Expansion? Wow. Okay. Okay. Und rein. Das heißt, er hat einen Mega-Delay auf alles. Ich werde trotzdem versuchen, aggressiv zu spielen. Da habe ich jetzt Zeit verloren, das war doof. Ja, SCB ready. You the weaker man. Let's do SCB ready. All right. Get from above. Got something for me to kill. Ja, Baby! Big job! Been waiting, huh? LTV-Ready! In the rear with the gear! LTV-Ready! What's going? Bad news! Go, go, go! LTV-Ready! You gonna give me orders? What? LTV-Ready! In the rear with the gear! Big job! LTV-Ready! On my way! LTV-Ready! LTV-Ready! Come on! LTV-Ready! Go ahead! LTV-Ready! 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 A little window where I worked for... This is a little accident. In the first push of the game I'm dead, but I see anazuly there's a crash in the land. See? Where is the legend? LTV-Ready! Oh, wow, key range. Hm, ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Ja, ich hätte das Minivac nicht verlieren dürfen. Ich glaube, das war nicht so gut. Ja, ich habe den Axel und Kolosser. Ja, ich habe den Axel. Ja, Baby. Gott, das ist ein Räderkir. Hier kommen die Tate. Nichts, ich kann es nicht mehr. Oh, Mensch, Baby. Das besser mit dir. Oh, ist das. FDV. Ready. Oh! Ready for das, Stop. Woohoo! Over time. FDV. Are you gonna get in order? Good turn. What a shitty boy. Let's have a blast. FDV ready. All of them. Waiting on you. FDV ready. Who wants some? FDV ready. It's go time. Good job. Taking up or dropping off? Now what? FDV ready. FDV ready. FDV ready. FDV. FDVV. FDV. FDVV. Ich bin bereit. Ready to blunder. Armed and ready. Now what? Waiting on you. Time to take an answer. Drop it off. Continue to search. Die Echse muss sich töten. Go 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 go. Du sagen, das war erfolgreich oder was meint ihr? Schöne Drops hier. Meine Medi-Wax retten können. Weattacken. Die parenotale ist gegründet. Und ich denke, ich gehe auf dem Knack. Geh, 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 Geh! V-S-E-V ready! Oh, he's gonna go... Time was a waster! V-S-E-V ready! By the dumpers, boys... V-W-W-Z! L-L-N-E-L defeated! It's GO time! Ich habe gedacht, hätte sein können. Das heißt, es ist ein Blöck. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Uuuh washed away fromphant. I got pake, come to bed, kick up because of purely Vampirecher. I was also given a glass of fresh the temperature,estens a small surface onze followers in Trish communities.